Einen wunderschönen guten Morgen an diesem noch etwas frischen Tag. Trotz dieser Temperaturen und trotz dieser etwas sportlichen Wetteraussichten. Wir haben ein tolles Programm für Sie. Bei Sonne feiern kann jeder. Wir können das bei jedem Wetter. Ich war schon 2019 auf den Tag der offenen Tür. Dass man hier mal hinter die Kulissen gucken kann. Ich bin selber im Finanzsektor tätig. Es war schön, einen Einblick zu bekommen. So allgemein, was hier so passiert. Am besten hat mir bis jetzt gefallen. Diese Riesenhalle. Ich wusste nicht als Frankfurter, dass wir so ein schönes Gebäude haben. Ein Programmpunkt, der war auch schon beim letzten Mal sehr, sehr beliebt. Natürlich der Virtual Reality Film. Da können Sie übrigens für Achim Nagel auch mal ins Büro gucken. Genau, und Gold anzufassen. Ich wollte mal den Goldbarren heben. Einmal 700.000 Euro in der Hand haben. Ich habe ihn noch nicht ganz hoch bekommen. Da müssen wir ein bisschen mehr trainieren. Alright, Bundesbank, here we go. Wie kommt man moderativ vom Beatboxen zum Präsident der Deutschen Bundesbank? Oh, Herr Nagel. Es macht uns großen Spaß, Sie hier begrüßen zu dürfen in unserer Hauptverwaltung an der Taunusanlage. Wir wollen uns den Bürgern öffnen. Wir wollen erklären, was wir bei der Bundesbank tun. Die Bargeldversorgung in Deutschland sicherzustellen. Wir haben halt sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich auch sehr analytisch arbeiten. Als Bankenaufseher wird es nie langweilig. Wir haben roundabout die Hilfe, etwas mehr als die Hilfe des Goldes mittlerweile wieder in Deutschland. Also in einem Jahr wird der digitale Euro nicht da sein. Als Banker kann ich nur sagen, das Wichtigste ist halt die Planung. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen. Also all das zu hören, was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Haben wir eine Frage, ob er sich in seinem Büro richtig wohlfühlt? Es ist natürlich aktuell das, was das Geld wert ist. Die Inflation ist natürlich ein Riesenthema. Ja, ich glaube, ich würde fragen, wie können wir sicherstellen, dass auch die nächste Generation genug Geld hat, um Immobilien zu kaufen oder selbstständig wohnen zu können. Rallys und so haben auch Spaß gemacht. Ja, dass das alles ein bisschen interaktiv ist. Wir freuen uns sehr, dass so viele von euch hierher gekommen sind. Stimmung war prima und Wetter war wechselhaft, aber am Ende kommt ja immer die Sonne raus. Einen schönen Abend noch und vielleicht bald wieder bei Backstage Bundesbank. Tschüss! Kerla